Ich hab letztens geträumt, dass ich bei den Trumps Au Pair war. Das war furchtbar. Ich musste mit denen an dem Esstisch sitzen. Das war eine der schlimmsten Erfahrungen, die ich jemals hatte. Es war echt ein ganz schlimmer Albtraum. Ich saß da mit denen und musste sie mir einfach vorstellen. Ich möchte was kaputt machen. Ja, ich möchte was kaputt machen und ich musste noch ein Jahr bei denen zuhause wohnen. Und Melania ist mir super auf den Sack gegangen. Aber darum geht's jetzt nicht. Es war furchtbar. Der erste Song als Chancellor of the President. Das war eine Schwung mit dem Weg auf die Körnerer beim Lachen. Das war eine Schwung mit dem Weg, dass wir die Körnerin arbeiten. Da ist es eine Schwung mit der Welt. Das war eine Schwung mit dem Weg. Das war ein 촬영 mit dem Weg. Das war ein Bild. Und das war ein Film. Das war's für heute. I My God I don't deserve I My God I don't blame you Now it's so good If you I can So I should say that the worst is done Now they know It's a better place Let me get the leader of this you've been freed Night My God 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 Das nächste Türchen geht auf und diesmal wieder kurz vor Weihnachten und es wird langsam richtig kalt im SZ Norderstedt. Es spielen hier drei nette kleine Bands, bei denen ich sehr gespannt finde, die ich auch noch gar nicht so kenne. Es könnte ein bisschen voller sein, aber es ist wie immer nett hier und ich hoffe, ihr habt genauso einen schönen, netten, kleinen, relaxeden Abend wie hier. Viel Spaß! Musik 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 Ich glaube, so besoffen wie heute war ich noch nie. Das lässt schon mal hoffen. Das lässt schon mal auf einen guten Gegenkaufen. Scheiße. Auf jeden Fall. Du musst damit leben. Wir sollten als letztes Spiel. Ja, das ist schon mal gesagt. Das ist ein Uwe-Gas-Stecker. Das ist ein Uwe-Gas-Stecker. Das ist ein Uwe-Gas-Stecker. Wir sollten als letztes Spiel. Ich bin lieber Zuseck. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020